Musik 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 Ihr denkt das war unser Intro? Hier kommt unser richtiges Musik 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 So Ich bin der Sky Ich bin 18 Jahre alt und jetzt play euch für den Anfang erstmal Let's Play Ticket Minecraft Ticket natürlich Auf jeden Fall Solo Das wird mein erstes Solo Let's Play sein Also seid nicht so hart zu mir Ihr werdet in den ersten 100 Minuten Also in den ersten 10 Folgen Weil ich meine Folge nur 10 Minuten glaub ich mach 10-15 Minuten immer unterschiedlich Irgendwo dazwischendrin Und da werdet ihr Tonprobleme feststellen Seid mir nicht so böse wenn ich sag einfach nur Oh das tut mir leid Aber ich kann einfach nicht mehr machen Ich weiß momentan nicht was mit diesem Mikrofon los ist Das verarscht mich konsequent Auf jeden Fall hoffe ich dass ihr euch meine Let's Plays gefallen werdet Ich werde gucken dass ich natürlich auch noch andere Let's Plays drauf saue Weil ich so wie die anderen keinen eigenen Let's Play Kanal hab Sondern nur auf diesem Kanal mit Let's Play Und falls ihr irgendwelche Tipps auf was ich in Let's Plays besser machen kann Oder anders gesagt was ich überhaupt tun soll Dann schreibt es einfach in die Kommentare Ich reagiere eigentlich sehr schnell drauf Bloß nicht immer in den Folgen wo ihr denkt Also wenn ich Braucht jetzt nicht die Hoffnung schieben dass ich jetzt sag Ungefähr in der Dritten Folge davon Drei Folgen danach dass ich dann schon antworte Das kann meistens 10 Folgen dauern Weil ich nehme ja wirklich weit aus dem Voraus immer auf meine Let's Plays Und weil ich mach mir Will weniger Stress haben Ich will auch Freizeit für mich selber zu zocken haben Weil meine Lieblingsspiele sind nämlich Counter Strike Ich spiele nämlich sehr gerne Counter Strike Nebenbei eben hier Minecraft auf eigene Maps Auf ganz viele verschiedene Servern Ich probiere momentan ganz viel mit TechGit aus Und vielleicht betau ich mich an 4CBs dran Wo ich mich jetzt auch mit dran machen werde Ist Minecraft Mineville Trouble in Mineville heißt das glaube ich Und an Minecraft The War Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt Ist zwar recht cool aber Ich glaub mehr als 1-2 Meinten Da kann ich das Spiel ohne gleich irgendwo abzurechen Dass ich immer am Verlieren weil ich hab das Spiel noch nie gewonnen Ähm Ja ich weiß eigentlich gerade nicht was ich noch von mir so erzählen soll Okay 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 Okay